Mit Huntress war es ja wieder mal ein Fest und jetzt hoffentlich auch mit Michael, der ja natürlich perfekt für die Spooky Season ist. Auch wenn bei euch gar nicht mehr die Spooky Season ist. Ey, ein bisschen weirder. Ich glaube, wir haben einen Distortion-User, so Just Saying, mit dabei. Auf Use-Zeigen-Basis. Ne, ist die nicht mehr hier doch. Okay, ich habe außerdem einfach nur das Stalk-Speed-Add-On mit dabei. Und sie hat es, glaube ich, nicht gerallt, dass ich neben mir bin. Sie hat es, glaube ich, noch immer nicht. Warte mal. Das ging ziemlich schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Wir haben sie halt jetzt schon fast erstalkt, aber das ist okay. Das ist okay. Jetzt haben wir Barbecue. Wir können auch direkt hier mal hin. Okay, warte mal. Okay. Weird One. Sehe ich da nicht Scratches? Sehe ich da keinen Scratches? Morks! Ja, muss ich wohl durchgehen, ne? Wird das die schnellste Maßrunde? Könnte sein, aber ich will es jetzt nicht forsten. Rescue einfach. Ich will ein cooles Game haben. Obwohl es eigentlich auch schon... Ah, weiß ich nicht. Vielleicht doch. Das war nicht gut, weil jetzt hast du alles an Endurance verloren. Die Size of Strike kannst du nicht mehr haben. Ja, Leute. Wirklich, glaube ich, eine kürzere Runde, oder? Okay. Wenn, dann ist der andere da drüben. Junge, wie viele Distortion Stacks will die haben? Oder bin ich dumm und blind? Junge, was? Die Runde ist vorbei! Ja, gut. Ja, alles geplant. Die war wahrscheinlich die ganze Zeit hier an dem Generator. Und da drüben ist sie. Ist sie noch immer hier, hä? Oder ist sie schon weitergelaufen? Gute Frage, ne? Eigentlich recht interessant. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorgekommen ist, aber ich glaube, da hinten hat sie gerade einen Norbein gesammelt. Doch nicht. Okay, wir könnten sie einfach hier ein bisschen abcutten. Solange die Hedge nicht da drüben ist direkt. Okay. Oh, was? Sie hat es geschafft? Nein, ich dachte, ich hätte gebodyblockt. Schade. Trotzdem, was? Die hatten Distortion dabei. Hä? Ach so, Felix hatte Distortion dabei. Sie war dann einfach nur in Range. True. Ich fand es schon funny. Ich fand es ziemlich funny, muss ich sagen. Also, war schon geil. War schon geil. Obwohl, ne. Oh mein Gott, ich habe jetzt erstmal einen Fehler verstanden. Weil ich gestalkt habe, konnte sie halt durch mich durchgehen. Ich vollidiot. Nein. 3000 Stunden CS. Uff. Okay, Trash Player. Wer? Wer? Es ist nämlich so, Michael verliert Collision, wenn er stalkt. Und da kann sie halt durchgehen. Oh. Junge. Junge, du musst jetzt nicht so gegen deine Mates shooten. Shoot gegen mich, wenn. Pathetic. You didn't even rescue. Also. Jetzt so um die drei Minuten, nachdem wir die, also. Das mit der Hedge zähle ich halt nicht mehr sonderlich dazu. Ich glaube, das waren jetzt um die drei Minuten. Ich glaube, das waren um die drei Minuten. Crazy. Crazy shit. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, Myers mit dem Shit hier ist ziemlich scary. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020